Nasskaltes Schneetreiben am Dienstagvormittag auf dem Trainingsgelände. Die Bayern-Spieler waren beim heutigen Training gut eingepackt. Zu sehen gab es kurze Ballpässe und zwischendurch immer wieder erneutes Aufwärmen. Nur Arjen Robben war nicht zu sehen. Der muss auf seine Gesundheit achten. Er ist erkältet und deswegen gab es für ihn eine individuelle Übung im Leistungszentrum. Trotz Erkältung wird er wahrscheinlich am Mittwoch gegen Juventus dabei sein. Sollte er ausfallen, wäre wahrscheinlich Kingsley Coman eine Alternative für Robbens Position. Wir wünschen auf jeden Fall erstmal gute Besserung.